Dass Zukunft und Vergangenheit die gleiche Gültigkeit für die Gegenwart haben. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Du und ich. Das ist besonders. Danke. Wie ist das für immer? Alles ist viel. Mein Ende ist ein Anfang. Alles gut? Ich erinnere mich an dich. Was? Dass du mich gerettet hast. Das ist schon das zweite Mal. Wo warst du so lange? Ich musste nur was erledigen. Warum? Weiß nicht. Nora. Danke. Dass du da bist. Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Wir sind nur ein Mangel an Informationen. Tod sicher. Nichts ist sicher. Ich glaube manchmal bereue ich eher, dass ich hier damit angefangen habe. Nur alles was du gemacht hast, hat sich ja genau hierher geführt. Da bist du ja. Aaron! Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Ja. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020